Diese Sternzeichen werden vor dem 15. Oktober plötzlich reich werden. Hallo, liebe Zuschauer! In den Weiten des Universums entsteht eine Legende, über die die Sterne selbst flüstern. Bis zum 15. Oktober bereitet sich der Himmel auf ein außergewöhnliches Ereignis vor, der plötzliche Reichtum nährt sich einigen Tierkreiszeichen. Das ist kein Zufall, sondern ein Schicksalsschlag, der ihr Leben für immer verändern kann. In unserer epischen Geschichte erzählen wir von denen, für die das Schicksal ein großzügiges Geschenk vorbereitet. Vielleicht gehören sie zu den Auserwählten und die Sterne werden ihnen im unerwartetsten Moment zulächeln. Machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise durch Zeit und Raum, bei der die Geheimnisse des Weltraums ihre Geheimnisse enthüllen. Verpassen Sie nicht Ihre Chance herauszufinden, was der Himmel für Sie bereithält. Abonnieren Sie unseren Kanal, um als erster die spannendsten astrologischen Vorhersagen zu erhalten und kein einziges Detail dieser großartigen Geschichte zu verpassen. Bitte beachten Sie, dass dieser Inhalt nur zu Unterhaltungszwecken dient und Ihrem Vergnügen und Ihrer Inspiration dienen soll. Das erste Sternzeichen ist Stier. In den Weiten des Weltraums ist für Stier ein neuer Stern aufgeleuchtet, der unglaubliche Veränderungen ankündigt. Bis zum 15. Oktober bereitet das Schicksal für dich, Stier, plötzlichen Reichtum vor, der wie ein Geschenk des Himmels kommen wird. Ihr Leben wird voller leuchtender Farben sein und jeder Tag wird neue Möglichkeiten mit sich bringen. In diesen Tagen werden Sie spüren, wie sich die Welt um Sie herum verändert. Zeichen und Symbole begleiten Sie überall hin und weisen auf zukünftige Ereignisse hin. Unerwartete Treffen und Angebote können der Schlüssel zum finanziellen Erfolg sein. Ihre Intuition wird schärfer und Sie können die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Ihre langjährigen Projekte und Ideen werden mit erstaunlicher Leichtigkeit in die Realität umgesetzt. Vielleicht erhalten Sie Unterstützung von einflussreichen Menschen oder finden neue Partner. Haben Sie keine Angst, Ihre Komfortzone zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Ihre Beharrlichkeit und harte Arbeit werden endlich belohnt. Die Finanzströme werden aus den unerwartetsten Quellen kommen. Dies kann ein Gewinn, eine Erbschaft oder eine erfolgreiche Transaktion sein. Ihr Ruf im Berufsfeld wird gestärkt und Ihnen eröffnen sich neue Horizonte. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre kühnsten Träume zu verwirklichen. Vergessen Sie nicht Ihre Lieben und diejenigen, die schon immer da waren. Ihre Großzügigkeit und Freundlichkeit werden noch mehr Wohlstand in Ihr Leben bringen. Denken Sie daran, dass plötzlicher Reichtum nicht nur materielle Werte bedeutet, sondern auch eine Gelegenheit, das Leben für Sie selbst und Ihre Mitmenschen zum Besseren zu verändern. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne auf Ihrer Seite und die ganze Welt scheint Ihnen ihre Arme zu öffnen. Vertraue dem Fluss des Lebens und folge Deinem Herzen. Möge Ihr Weg vom Licht des Erfolgs und des Wohlstands erleuchtet sein. Das zweite Tierkreiszeichen ist Schütze. Im majestätischen Tanz des Universums kommt für den Schützen die Zeit große Erfolge. Bis zum 15. Oktober erwartet Sie plötzlicher Reichtum, der wie ein Funke die Flamme der Gelegenheit entzündet. Ihr Wunsch nach Wissen und Abenteuer wird zu unvorstellbaren Entdeckungen führen. In diesen Tagen werden Sie voller Energie und Inspiration sein. Neue Ideen kommen Ihnen wie von selbst und jede davon kann zum Schlüssel zum Erfolg werden. Unerwartete Reisen oder Bekanntschaften erweitern Ihren Horizont und öffnen die Tür zum finanziellen Wohlergehen. Ihre Offenheit gegenüber der Welt und Ihre Bereitschaft zur Veränderung werden zu Ihren wichtigsten Verbündeten. Haben Sie keine Angst, Risiken einzugehen und über die Norm hinauszugehen. Ihre Intuition wird Ihnen den richtigen Weg weisen und das Glück wird Sie auf jedem Schritt begleiten. Finanzielle Möglichkeiten können sich dort ergeben, wo Sie überhaupt nicht damit gerechnet haben. Vielleicht finden Sie eine neue Verwendung für Ihre Talente oder entdecken ein gewinnbringendes Hobby. Ihre Ideen werden bei anderen Anklang finden und Sie können Gleichgesinnte anziehen. Nutzen Sie diese Zeit zur Selbstverwirklichung und zum Erreichen Ihrer Ziele. Ihr Selbstvertrauen und Ihr Optimismus werden Ihnen helfen, alle Hindernisse zu überwinden. Denken Sie daran, dass plötzlicher Reichtum nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Verantwortung ist. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne zu Ihren Gunsten und das Schicksal bietet eine einmalige Chance. Vertraue deinen Gefühlen und gehe mutig deinen Träumen entgegen. Möge ihr Weg voller strahlender Ereignisse und unvergesslicher Momente sein. Das dritte Sternzeichen ist die Waage. Am Schicksalshorizont der Waage leuchtet ein besonderer Stern auf, der plötzlichen Reichtum vor dem 15. Oktober ankündigt. Die Harmonie und Ausgeglichenheit, die Sie so sehr schätzen, wird Sie zu dem Erfolg führen, von dem Sie schon lange geträumt haben. Das Universum bereitet Geschenke für Sie vor, die Ihr Leben verändern werden. In diesen Tagen werden Ihre Intuition und Ihr Charme auf dem Höhepunkt sein. Es wird Ihnen leicht gelingen, eine gemeinsame Sprache mit Menschen zu finden und nützliche Verbindungen herzustellen. Unerwartete Kooperations- oder Partnerschaftsangebote können der Schlüssel zum finanziellen Wachstum sein. Ihre kreativen Fähigkeiten und Ihr ästhetischer Geschmack werden die Aufmerksamkeit einflussreicher Menschen auf sich ziehen. Vielleicht erlangen Sie Anerkennung in Ihrem Fachgebiet oder entdecken neue Talente. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich zu beweisen und Ihre besten Qualitäten zu zeigen. Die Finanzströme werden zunehmen und Sie werden Stabilität und Vertrauen in die Zukunft verspüren. Dies ist eine großartige Zeit, um zu investieren oder neue Projekte zu starten. Ihre Entscheidungen werden ausgewogen und durchdacht sein, was Ihnen hilft, Risiken zu vermeiden. Denken Sie daran, dass plötzlicher Reichtum nicht nur materieller Reichtum ist, sondern auch die Möglichkeit, anderen zu helfen. Ihre Großzügigkeit und Ihr Wunsch nach Gerechtigkeit werden noch mehr Glück in Ihr Leben bringen. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne günstig und alles läuft gut. Vertraue dem Fluss der Ereignisse und folge Deinem Herzen. Möge Ihr Weg mit dem Licht der Freude und des Wohlstands erleuchtet sein. Das vierte Sternzeichen ist Krebs. In den ruhigen Gewässern des kosmischen Ozeans steht dem Krebs eine Zeit erstaunlicher Veränderungen bevor. Bis zum 15. Oktober wird plötzlich Reichtum in Ihr Leben einziehen und Wärme und Trost mit sich bringen. Das Universum hört Ihre Wünsche und bereitet ein besonderes Geschenk für Sie vor. In diesen Tagen werden Ihre Sensibilität und Intuition schärfer. Sie werden in der Lage sein, Ereignisse vorherzusagen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unerwartete Möglichkeiten können sich im familiären Bereich oder durch geliebte Menschen ergeben. Ihre Sorge um Heim und Familie wird zu einer Quelle der Inspiration und des Erfolgs. Vielleicht starten Sie ein neues Projekt im Bereich Innenarchitektur oder Immobilien. Ihre Bemühungen werden belohnt und Sie werden mit der geleisteten Arbeit zufrieden sein. Finanzielle Chancen können durch Erbschaften, Schenkungen oder erfolgreiche Investitionen entstehen. Ihre Sparsamkeit und Planungsfähigkeit werden Ihnen helfen, das, was Sie erhalten, zu vervielfachen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Ideen mit Ihren Lieben zu teilen, Ihre Unterstützung wird von unschätzbarem Wert sein. Nutzen Sie diese Zeit, um die familiären Bindungen zu stärken und eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Ihre Großzügigkeit und Freundlichkeit werden noch mehr Wohlstand in Ihr Leben bringen. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne für Sie und alles läuft wie gewohnt. Vertrauen Sie Ihren Gefühlen und Ihrer Intuition. Lassen Sie Ihr Zuhause voller Glück sein und Ihr Herz mit Freude über das, was Sie erreicht haben. Das fünfte Tierkreiszeichen ist Löwe. Im Glanz kosmischer Feuer beginnt für Löwe eine Ära des Triumphs. Bis zum 15. Oktober wird Ihnen plötzlicher Reichtum als wohlverdiente Belohnung für Ihre Bemühungen zuteil. Das Schicksal lächelt Ihnen zu und die ganze Welt ist bereit, Ihrem Erfolg zu applaudieren. In diesen Tagen werden Sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ihr Charisma und Ihre Energie werden neue Menschen und Möglichkeiten für Sie anziehen. Unerwartete Kooperations- oder Werbeangebote können ein Sprungbrett an die Spitze sein. Ihre Führungsqualitäten und Ihr Selbstvertrauen helfen Ihnen, alle Hindernisse zu überwinden. Sie können Ihre Mitmenschen inspirieren und führen. Ihre Ideen werden mit Begeisterung aufgenommen und Sie fühlen sich von allen Seiten unterstützt. Die Finanzströme werden zunehmen und Sie können sich leisten, wovon Sie schon lange geträumt haben. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um in sich selbst, Ihre Ausbildung oder Ihr Unternehmen zu investieren. Ihre Entscheidungen werden klug und weitsichtig sein. Vergessen Sie nicht diejenigen, die schon immer dort waren. Ihre Großzügigkeit und Großzügigkeit werden Sie in den Augen anderer noch attraktiver machen. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne auf Ihrer Seite und alles läuft zu Ihren Gunsten. Vertrauen Sie Ihren Fähigkeiten und gehen Sie mutig voran. Möge Ihr Weg mit Ruhm, Erfolg und Anerkennung erleuchtet sein. Das sechste Tierkreiszeichen ist Widder. In der Hitze der kosmischen Energien ist für den Widder die Zeit für entschlossenes Handeln gekommen. Bis zum 15. Oktober wird der plötzliche Reichtum wie ein heller Blitz am Horizont in Ihr Leben eindringen. Das Universum ist bereit, Ihre mutigen Unternehmungen zu unterstützen und neue Horizonte zu eröffnen. In diesen Tagen werden Sie einen beispiellosen Kraft und Enthusiasmus spüren. Ihre Entschlossenheit und Ihr Siegeswille werden Ihnen helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Im beruflichen oder geschäftlichen Bereich können sich unerwartete Chancen ergeben. Ihre Ideen und Projekte finden Unterstützung und Förderung. Scheuen Sie sich nicht, Risiken einzugehen und Neues auszuprobieren, das Glück ist auf Ihrer Seite. Ihr Selbstvertrauen wird der Schlüssel zum Erfolg sein und die richtigen Leute anziehen. Finanzielle Chancen können sich plötzlich ergeben und es ist wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Ihr Unternehmungsgeist und Ihr Mut werden Ihnen helfen, die Situation voll auszunutzen. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre ehrgeizigen Pläne umzusetzen. Ihre Erfolge werden andere inspirieren und Ihren Ruf auf ein neues Niveau heben. Bis zum 15. Oktober stehen die Sterne günstig für Sie und alle Wege sind offen. Vertraue deinem inneren Feuer und folge deinen Träumen. Möge ihr Weg voller Siege, Entdeckungen und Freude sein.